Bauchübung, bei der die Knie zur Brust geführt werden. Achtung! Sehr fortgeschrittene Übung, stellen Sie sicher, dass Sie eine gut trainierte Rückenmuskulatur haben, bevor Sie diese Übung machen. Stellen Sie sich eine vertikale Linie vor, die von Ihrem Becken ausgeht. Spannen Sie die Bauchmuskeln an, heben Sie den Oberkörper und die Knie, sodass Sie sich der imaginären Linie nähern. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Hüften bei der Übung nicht bewegen. Zurück zur Ausgangsposition.